Wie ist die Fleischfee? Wie ist die Vegetarier oft unterwegs? Das bin ich gerade ja auch gefragt worden in einem Besucherkommentar auf meinem Blog. Ja, mein Freund ist Vegetarier und ich passe mich ihm meistens an. Ich esse zu Hause viel vegetarisch. Ja, wenn es geht, mache ich mir dann immer noch ein Stück Fleisch dazu, aber auch nicht immer. Manchmal auch einfach Schinken noch mit rein oder irgendwas Besonderes nur für mich. Aber ich esse eigentlich auch ganz gern vegetarisch. So, ja, ich esse aber wahnsinnig gerne Fleisch, vor allem Steak. Und irgendwann hatte ich ein Steak und habe mich da wahnsinnig drüber gefreut, so wie ich halt bin. Yay, ich habe Fleisch, ich habe Steak, super. Und das fand mein Freund so was von süß, dass er mich seine kleine Fleischfee genannt hat. Ja, da ist der Name geboren. Das war ungefähr 2006, glaube ich. Und seitdem bin ich halt die Fleischfee. Seit 2007 bin ich bei Quipe damit unterwegs. Und ja, 2011 habe ich gedacht, Zeit für einen Blog. Einen super Namen habe ich. Der ist kreativ, der ist witzig. Das bin ich auch. Und so habe ich ihn einfach mitgenommen. Ja, jetzt bin ich hier, die Fleischfee. Die meisten kennen mich schon darunter. Wer mich nicht kennt, sollte mich schleunigst kennenlernen. Wie ihr wisst, bin ich nett, aber nicht immer. Ja, ich weiß, ich habe eine ganz böse Seite in mir drin, aber wer hat die nicht. Ja, und für heute Abend wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich werde heute essen gehen. Ich feiere meinen Geburtstagmarkt mit vielen Freunden. Wir werden ins Mongos gehen und ich werde berichten, auf jeden Fall. Bis bald. Tschüss.